Die Suche nach einem Stürmer beim Eintracht Frankfurt war in den letzten Wochen sehr bewegt, mit verschiedenen Namen, die schnell in Betracht gezogen und wieder verworfen wurden. Allerdings scheint ein Name nun konkreter zu werden, Rafiu Durossinmi. In der vergangenen Woche gab es Berichte über gute Gespräche zwischen Eintracht und Viktoria Pilsen. Der Sky-Reporter Philipp Hinze äußerte Optimismus mit den Worten, das könnte klappen. Nun wurde auch der mögliche Preis für Durossinmi enthüllt. Die Verhandlungen laufen weiter. Es geht um ein Gesamtpaket von 8 bis 10 Millionen Euro, verriet Hinze diese Woche. Das könnte Durossinmi potenziell zum drittteuersten Transfer in der Geschichte von Eintracht Frankfurt machen, nur hinter Djibril Zou und Luka Jovic, die jeweils mehr als 10 Millionen Euro kosteten. In der laufenden Saison hat Durossinmi bereits neun Tore und sechs Vorlagen in 19 Pflichtspielen für Pilsen erzielt. Am Montag wurde auch der Name Geraldo Becker von Union Berlin als möglicher Neuzugang für Eintracht Frankfurt ins Spiel gebracht. Becker ist jedoch kein Mittelstürmer wie Durossinmi und würde eher als Ergänzung betrachtet. Die Priorität scheint auf der Verpflichtung eines kraftvolleren Stürmers zu liegen. Und Durossinmi scheint der Favorit für diese Position zu sein. Eintracht Frankfurt Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt. Veranstalt Frankfurt für alles. Vielen Dank.